Creamy fragte, wie bist du eigentlich zu der Idee gekommen, What About It zu machen? Und Eneas fragt, was hast du eigentlich davor beruflich gemacht? Okay, dann fange ich mit der zweiten Frage an, weil die führt zur ersten. Vorher bin ich, ich habe sehr viel in meinem Leben gemacht. Ich habe auch schon in den Medien gearbeitet, weil es mich immer zur Kreativität gezogen hat. Ich habe schon beim Fernsehen, bei der Deutschen Welle gearbeitet, beim Radio, bei Radio Bonn Rhein-Sieg, für die, die vielleicht aus dem Rheinland kommen. Da habe ich sogar eine kleine Show produziert, mal eine Weile lang mit jemandem zusammen, witzigerweise mit dem Vater von Lena Meyer-Landruth. Das ist ein ganz netter Kerl und immer noch ein Freund von mir. Ich habe schon bei Buchverlagen gearbeitet. Meine Mutter war Schriftstellerin, erfolgreiche Schriftstellerin, habe 38 Bücher veröffentlicht. Also die Medien sind immer schon auch in meiner Familie gewesen und die Kreativität und das hat mich schon immer, ja, du weißt es selber, wenn man das in sich hat, möchte man das, Kreativität muss befriedigt werden auf irgendeine Art und Weise. Deswegen hat mich das immer schon in die Richtung der Medien gezogen, weil ich das auch technisch gesehen sehr interessant fand. Und eigentlich mein letzter sehr erfolgreicher Beruf war der Außendienstmitarbeiter im Verkauf. Ich habe große Key-Kunden eines internationalen Unternehmens betreut und war da auch durchaus erfolgreich und habe auch mein Geld verdient und ging auch in der Karriereleiter stetig weiter nach oben. Aber der Sinn des Lebens fehlte. Und jeder, der das Problem mal hatte, wird das sofort verstehen. Wenn man acht bis zehn Stunden des täglichen Wachseins mit einer Tätigkeit verbringt, in der man keinen Sinn sieht, dann ist es unglaublich schwierig, sich zu motivieren. Und das Motivieren wurde immer schwieriger und schwieriger und schwieriger. Und irgendwann, und jetzt kommt wieder das mit dem Wir-mögen-Abenteuer, haben wir beide die Reißleine gezogen, meine Frau und ich, und haben beide unseren Job gekündigt und haben uns ein Haus auf dem Land gekauft mit dem Ersparten, was wir hatten und hatten noch so ein kleines Finanzpolster obendrauf, was so ein Dreivierteljahr gereicht hätte und haben gesagt, wir machen jetzt Schluss. Wir versuchen jetzt irgendwie mit unserem wirklichen Interessen, nicht mit dem, was wir gut können, sondern mit dem, was wir machen wollen, Geld zu verdienen. Also irgendwie die Familie auf neue Beine zu stellen sozusagen. Und das war der YouTube-Kanal. Das war bei meiner Frau, ist es eine Paarberatungspraxis gewesen. Dazu war leider hier in der Gegend, wo wir wohnen, die Einwanderungs-, die Einwohnerdichte nicht hoch genug. Und da gab es einfach nicht genügend Kunden. Sie hat das ganz, ganz großartig gemacht. Und ich habe sie unglaublich viel unterstützt dabei. Aber es wollte nicht und es lief nur schleppend an. Und dann, naja, dann kam ich mit meiner Idee, mit dem YouTube-Kanal und habe drei Monate wie ein Verrückter recherchiert, wie man sowas überhaupt macht, weil ich noch nie eine eigene Produktion gemacht habe. hatte unglaubliche Angst vor meiner ersten Episode. Ich bin zwei Wochen um diese Kamera herumgetanzt und habe mich gar nicht getraut, das Ding anzumachen und hatte Angstschweiß auf der Stirn, als ich mit meiner ersten Aufnahme fertig war. Das war eine ganz ungewohnte Situation, das dann auch auf YouTube hochzuladen, sodass jeder das sehen kann. Und wir hatten eben, als die Kamera für alle anderen noch aus war, schon darüber gesprochen, dass das oft so ist, dass wenn man einen YouTube-Kanal startet, die ersten Abonnenten, das sind Familie und Freunde, weil man denen das erzählt. Und wenn man dann auch noch was hochlädt, dann weiß man genau, alle Freunde und die ganze Familie wird das sehen, weil das sind deine Abonnenten aktuell. Und ich hatte so einen Bammel davor, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das hat auch die ersten zehn Episoden tatsächlich angehalten. Also jeder, der das mal selber versuchen möchte und sich komisch fühlt, weil er Angst hat, davor so eine Kamera anzumachen, es ist völlig normal. Es ist anfangs, ist das eine ungewohnte Sache und es ist sehr schwierig, da die Barriere zu durchbrechen und die Kamera auch wirklich nochmal anzumachen, und noch eine zweite Episode hochzuladen und noch eine dritte, zumal man am Anfang ja auch nichts damit verdient. Man macht das ja, man steckt unglaublich viel Herzblut und Arbeit da rein. Das wirst du bestätigen können. Du nickst auch die ganze Zeit schon lächelnd. Das ist für die, die es noch nicht gemacht haben, einen YouTube-Kanal zu betreiben, ist sehr viel Arbeit. Es ist einfach, wenn du es richtig machen willst und schön machen willst, dann ist das ein Riesenberg an Arbeit. Und am Anfang kommt nicht mal ein Cent dafür rein und dann stehst du da. Und das Einzige, was du an Motivation hast, ist wirklich der Wille, weitermachen zu wollen. Und das war eine schwierige Zeit. Zum Glück hat der Kanal sehr viel Erfolg gehabt. Und das ist einfach unglaublich. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Inzwischen, ich traue mich immer nicht, es zu sagen, aber ich sage mal, eine beleuchtete Stelle zu haben in der Weltraumgemeinde, das ist schon eine tolle Sache. Und What About It? Eigentlich sollte der Kanal ursprünglich anders sein. Der Grund, warum ich den Titel What About It genommen habe, ist, weil ich ihn allgemein halten wollte. Weil ich am Anfang noch gar nicht genau wusste, was ich machen will. Ich wusste, es soll was mit Weltraum, mit Astronomie, mit Technik zu tun haben, weil ich da auch sehr viel an Wissen einfach beisteuern kann. Ich kann zumindest halbwegs erklären, wie der ITER funktioniert und dachte, da könnte man auch was drüber machen. Also anfangs, die Grundidee war gar nicht so sehr auf Raketen bezogen. Dann habe ich mich als erstes Thema für die erste Episode für Raketen und Weltraum entschieden und fand das großartig, da über den Leuten über den Weltraum zu erzählen und denen Raketen zu erklären. Und was ist denn mit Juno passiert, als sie ihren Vorbeiflug hatte? Das war das erste Thema, glaube ich, in meiner ersten Episode. Und das war großartig. Ich fand es toll, die Kommentare dazu zu lesen. Und dann war für mich klar, was die zweite Episode für ein Thema hat. Weltraum. Und die dritte dann auch. Und dann war der Titel, der Name, What About It, passt gar nicht so wirklich zum Thema. Das haben mir schon ein paar Leute gesagt. Naja, passt eigentlich zu allem. What About It? Was ist damit? Erzähl mir was drüber. Das ist der Titel des Kanals. Und er passt natürlich auch auf den Weltraum. Und inzwischen hat er sich so eingebürgert, dass ich ihn niemals ändern werde. Ich bin stolz auf den Namen. Aber ursprünglich, da kommt genau das her, dass es nicht heißt What About Space oder Spacetime oder was auch immer. Oder Senkrechtstarter. Das passt viel, viel besser zum Thema Weltraum. Und das ist der Grund, warum What About It? What About It heißt. Weil es gar nicht unbedingt nur mit Weltraum zu tun haben sollte. Und dann habe ich Blut geweckt. Die erste Episode über den Weltraum hat mich so, das hat so das Interesse in mir geweckt, darüber mehr machen zu wollen, dass es dann von da an gab es kein einziges anderes Thema mehr. Der ITER hat es nie reingeschafft. Ja, krass. Ich habe ein paar, oder wir sind mittlerweile so eine kleine Community auch an deutschen YouTubern, die sich dann irgendwie über den Discord so ein bisschen gefunden haben auch. Und da hat auch ein Mondgeflüster, ein kleiner Kanal, noch kleiner Kanal, der so ein bisschen historisch macht. Also ein bisschen sowas wie Vintage Space. Und der schreibt gerade von wegen, es motiviert mich gerade unheimlich weiterzumachen. Und das ist, glaube ich, das trifft uns alle. Deine Erfolgsgeschichte, die es schon ist und auch deine Geschichte, wie du dich wirklich von Anfang an gesagt hast, ich will das jetzt einfach machen und ich ballere da jetzt rein und das wird, ja, super inspirierend. Und vielen Dank, dass du das gemacht hast und vor allem auch damit so ein Beispiel für uns andere YouTuber bist, zu sagen, einfach machen, Qualität und dich dann der Community dranbleiben und so. Und ja, vielen Dank für die Inspiration, die du uns allen bist. Ja, da füge ich noch eine Sache an. Und zwar gibt es zwei Arten von YouTubern. Die einen, die machen es als Hobbyaktivität und die anderen, die wollen das, die sehen das als Berufung. Die wollen das, wenn sie können, eigentlich nur noch machen. Und letzteres bin ich und ich schätze dich auch so ein, obwohl du natürlich auch noch deinen normalen Job hast und den wahrscheinlich erst mal nicht aufgeben möchtest. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du komplett umsteigen. Und genau das ist das. Genau das ist das. Und die, die das Hobbymäßig betreiben und ab und an mal ein Video hochladen und das auch ganz nett finden, die haben es, das ist sehr schwierig, damit zu einer Größe zu kommen. Wenn du, wie ich schon sagte, und der Mode nickt, wenn ich das sage, jedes Mal, es ist sehr, sehr viel Arbeit am Anfang und es ist nicht mal bezahlt. Und dann ist die stärkste, das stärkste, die wichtigste Waffe des kleinen YouTubers ist die Motivation. Und wenn du die hast, dann, dann, dann kann es was werden. Du, du immer schön dranbleiben. Ganz wichtig. Ja, danke, dass du unser Vorbild dafür bist und auch den. Gerne. Andreas Friedl fragt, wie du auf die Idee kamst, das auf Englisch zu machen. Also ist klar, irgendwie mit der Reichweite oder so hat das natürlich irgendwie auch zu tun oder so, aber wie war die ursprüngliche Überlegung dazu? Die war eigentlich einfach. Ich spreche gut Englisch, nicht absolut fehlerfrei, aber doch sehr gut. Und da ist es einfach nur mal so, dass die Gemeinde im Internet und jeder, der sich da schon mal länger drin aufgehalten hat, im Internet, der weiß das, die ist sowas von multikulturell. Das ist ein wunderbarer Spielplatz, finde ich. Ich mag das Internet. Also jeder, der auch immer sagt, das Internet macht einen einsam, das kann ich nicht bestätigen. Ich habe meine Frau im Internet kennengelernt und habe jetzt drei Kinder mit ihr. Also das ist, da kann man ganz geteilte Meinungen drüber haben. Und ich wollte einfach so viel wie möglich erreichen. Also es ist tatsächlich die Reichweite. Und wenn du dann einen guten englischen Wortschatz mitbringst und das auch noch relativ akzentfrei über die Bühne kriegst, dann war es eigentlich relativ klar, dass ich es auf Englisch machen würde. Das war der einzige Grund. Ich habe es immer mal wieder so ein bisschen bereut, weil ich im Deutschen noch wortgewandter bin als im Englischen. Und da ist das eine oder andere Mal auch mal ein Wörterbuch dabei, wenn mir das richtige Wort fehlt. Oder auch die Google-Aussprache hilft manchmal, wenn es ein Wort, ein tolles Beispiel ist das Deluge System. Da hätte ich doch nie gewusst, wie man das ausspricht. Das sind die Wassersprinkler, die dafür sorgen, dass die Geräusche gedämmt werden an der Startrampe. Das sind so Sachen, das hätte ich nicht gewusst, wie man das richtig ausspricht. Man liest das, aber wie man es richtig, und dann bin ich gnadenlos, da gehe ich in Google und gucke mir an, wie der freundliche Google-Übersetzer mir das ausspricht und solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es halt auch sehr gut und man erreicht halt einfach mehr Leute damit. Das ist der Grund. Es ist natürlich schon ein bisschen schade, dass es nicht noch so eine kleine deutsche Felix-Ausgabe gibt. Ich meine, es gibt Untertitel, das muss man auch sagen. Also Leute, die es nicht kennen und so, man kann Untertitel anmachen. Und zwar in allen möglichen Sprachen. Das ist mir ein ganz, ganz großes, ein wichtiges Thema. Ich habe sogar ein kleines Team bei mir in der Community, wo ich auch immer wieder versuche, neue Leute zu rekrutieren. Also wenn hier irgendjemand zuschaut, der irgendeine seltene Sprache spricht und gleichzeitig aus dem Englischen übersetzen könnte, meldet euch bei mir. Das ist mir ein Riesenanliegen. Ich habe zum Teil Episoden mit acht bis neun verschiedenen Sprachen in den Untertiteln und zwar genau deswegen, weil ich einfach so, und da geht es nicht um die Aufrufe, weil das sind tatsächlich nur relativ wenige, die dann diese Untertitel auch nutzen. Aber es sind Leute, die es sonst nicht hätten schauen können. Und eins meiner größten Ziele mit What About It ist es nicht nur als YouTuber Geld damit zu verdienen, sondern tatsächlich das Spread the Word. je mehr Leute davon wissen, was momentan in der Raumfahrtindustrie passiert und was sich um unseren Planeten herum befindet. Ich finde es unglaublich, jetzt hüpfe ich das Thema, aber ich führe das einfach kurz weiter. Ich fand es immer unglaublich als Kind in der Schule, dass es Astronomie nicht als Fach gab. Man beschäftigt sich mit allem, was auf diesem kleinen Sandkorn irgendwo im All passiert. Und die französische Revolution haben wir dreimal durchgenommen. Aber ansonsten lernt man, wie viele Planeten es gibt und dass die Sonne in der Mitte steht. Das ist so alles, was dir die normale Schule so vermittelt. Und das finde ich unglaublich, dass der gesamte Rest des Universums einfach ausgeklammert wird. ist ein perfektes Beispiel für nicht über den Tellerrand geschaut. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass möglichst Leute, die es noch nicht wissen, sich das mal anschauen. Die, die schon schauen, das ist toll. Dass die schauen, ist klasse, natürlich. Aber ich freue mich immer wieder, wenn mir jemand erzählt, ich habe da noch gar nichts von gewusst und durch dich bin ich da überhaupt erst drauf gekommen, mich dafür zu interessieren. Und deswegen die ganzen Untertitel. Zum Thema Sprache noch. Da fragt Frank Sperber, den du von LePadre kennst oder vom Discord wahrscheinlich, ob es für dich schwer ist, zwischen, also wenn du im Englischen sprichst, ins Deutsche zu wechseln und umgekehrt? Ja. Ich bin sehr geübt in beiden Sprachen, aber es ist manchmal besonders, weil ich beruflich jetzt so viel Englisch spreche, fällt es mir immer schwieriger, Deutsch zu sprechen. Das ist unglaublich. Aber es passiert tatsächlich. Je mehr du eine andere Sprache sprichst, desto weniger bist du in der anderen trainiert. Und also mein Deutsch ist immer noch in Ordnung, würde ich sagen. Aber manchmal vermisse ich Wörter, dass ich da stehe und das englische Wort sage, weil mir das Deutsche nicht einfällt, weil ich inzwischen auf Englisch träume. Das ist einfach so, wenn du dich so viel mit Englisch beschäftigst und das tue ich täglich, mindestens zehn Stunden am Tag sind bei mir Englisch und dann nochmal drei in Deutsch aktuell. Und dann baut sich das Hirn um. Auf die andere Sprache. Und zwar selbst in Träumen. Das habe ich seit einem halben Jahr circa festgestellt, dass viele Träume, die ich so nachts habe, tatsächlich auf Englisch stattfinden. Ja. Krass. Aber es klappt ganz gut. So I can instantly switch to Englisch und dann wieder auf Deutsch zurück. Sebastian Hessel fragt, wenn du die Möglichkeit hättest, mit Elon Musk ein Interview zu führen, was wäre eine Frage, die du ihm stellen würdest? Oh, da habe ich oft drüber nachgedacht. Also zum einen würde ich sagen, dass ich viel mehr an einem Interview mit Gwynne Shockwell interessiert wäre, weil ich glaube, die ist die Schachfigur im Hintergrund, die keiner so richtig wahrnimmt. Und mit der gibt es viel weniger Interviews. Das fände ich also tatsächlich viel interessanter. Aber natürlich, also ist jetzt natürlich ein bisschen komisch zu sagen, fände ich viel interessanter. Ich fände natürlich auch ein Interview mit Elon Musk extrem interessant. Ich würde ihn nach seinen Motivationsgründen fragen. Ich glaube, das wäre ein wesentlicher Teil des Interviews. Es ist ihn halt einfach schon sehr viel gefragt worden über was wird denn mit dem Starship passieren und wie bist du denn zur Ferke hineingekommen und was ist denn jetzt mit den Tesla-Batterien? Das sind Fragen, die hat man schon hundertmal gehört. Aber die Motivationsgründe werden meistens nur so ein bisschen angeschnitten. Und ich glaube, da ist bei dem eine riesige Geschichte zu erzählen aus seiner Vergangenheit heraus, wie sich das Ganze überhaupt entwickelt hat, dass er so ein Entrepreneur geworden ist, ein Selbermacher. SpaceX und Tesla sind ja nicht die ersten Projekte, die er gemacht hat. Er hat ja schon immer eigentlich eigene Projekte. PayPal und davor, wie hieß es, 7-Zip oder was? Ich weiß es gar nicht mehr. Da gab es ja alle möglichen Firmen, die er schon gegründet hat, von klein heraus. Und mich würde sehr, ja, die Beweggründe dazu, wie man so, warum man so denkt. Das ist für mich ein sehr interessantes Thema. Ja, es gibt nur ganz wenig Interviews, wo man das Gefühl hat, dass man so einen Blick in seine Seele bekommt. Genau. Also es ist so, er ist auch nicht der beste Redner. Viele Leute haben ihn, glaube ich, am Anfang auch total unterschätzt, weil er ja ein bisschen, also ich finde ihn genial und ich glaube, er ist genial und er hat Assoziationsketten und er kann von dem Atom zum Marsreise wahrscheinlich alles durchdeklinieren, was man dafür braucht. Und dieses ganze Wissen, was er in seinem Kopf steckt, das will permanent raus und er ist durch die Sprache limitiert. Das merkt man oft. Und wenn man das mal ausgeblendet hat oder wenn man mal das Gefühl hat, wenn man sich auf ihn eingelassen hat, dann stört einen das schon gar nicht mehr. Aber ja, und dass diese Momente, wo man dann neben dieser technischen Brillanz den Menschen Elon Musk mal für einen Moment greifen kann, die sind sehr, sehr, sehr gering. Und Joe Rogan kriegt das mal hin so und ich habe leider das Drei-Stunden-Interview noch nicht geguckt, weil mich die drei Stunden... Ich brenne es voll. Ja, aber ich habe es auch noch nicht gesehen. Das ist doch abschreckend. Aber auch, ja, also mein Erlebnis, warum ich ihn auf einmal, weil, ne, typisch deutsche Überheblichkeit, man denkt, er ist verrückt und dann gab es dieses Interview, wo er gesagt hat, von wegen, ja, oder gefragt wurde zu diesen NASA-Astronauten, die vom Kongress aus gesagt haben, dass sie das Quatsch finden mit der kommerziellen Raumfahrt und der ist fast am weinen. Nicht nur fast, da hat es Klick gemacht bei ihm. Genau, da war der emotionale Elon Musk und den sieht man selten. Und der, der ist mir hier reingeschossen und danach habe ich meine Biografie gelesen und wollte diesen Kerl verstehen und habe einfach so lange gedacht, Seine Biografie, die steht hier bei mir unten. Nicht Elon Musk. Nein. Das wurde vorhin gefragt und zwar, was das für ein Männchen in deinem Regal ist, ob das eine Figur ist oder eine Animation. Der Starman. Das ist eine Animation. Das war so einer meiner Überlegungspunkte. In der frühen Phase des Kanals habe ich sehr nach Sachen gesucht, die meinen Kanal etwas separieren von dem, was da sonst schon so vorhanden ist. Weil es gibt halt doch schon einige, auch selbst, wenn man nur auf den Bereich Weltraum geht, gibt es hunderte von kleinen Kanälen, wahrscheinlich tausende und doch aber auch einige größere schon. Und ich habe dann nach Sachen, nach Alleinstellungsmerkmalen gesucht und ich bin immer schon Fan von zum einen Animationen, Cartoons gewesen auch und zum anderen, es gibt es, kennst du einen YouTube-Kanal, der ein Maskottchen hat? Genau. Und das ist Starman. Das ist eine Animation, der wird da rein kopiert. Früher stand er auf dem, ich hatte mal so ein weißes Regal im Hintergrund stehen, da stand er dann in seinem Fach drin und jetzt steht er in der Vitrine, da auf der Seite und er wird da rein kopiert. Ursprünglich war es nur eine Zeichnung, dann habe ich diese Zeichnung zu einem 2D-Animierer gegeben und gesagt, kannst du den bewegen? Und das funktionierte unglaublich gut und überraschend schnell und nach vier Wochen hatte ich alle Animationen zusammen, die ich so brauchte und jetzt ist der Kleine am Leben und ich plane schon an den nächsten Sachen. Also es wird momentan ein 3D-Modell erstellt und dann will ich ein 3D-Drucken und ich wünschte, ich hätte ein kleines Plüschtier, ein Starman, ein Plüsch-Starman. Das wäre ganz herrlich, aber es ist schwierig zu kriegen. Ja, es ist das Maskottchen des Kanals. Das ist, mir ist er sehr ans Herz gewachsen. Er klebt auch auf meinem Auto als Aufkleber drauf. Geil. Spacelaw fragt, wie würdest du es angehen, wenn du mit deinem heutigen Wissen nochmal einen Kanal von Null starten müsstest? Ich glaube, das ist die Fl larmym. Ich glaube, du kannst dir die Fl larm doch Gas für Japan然 Kdub aus dem Wasser nie mehr. Ich glaube,